Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch einen, ja man könnte sagen, KI-Bot vor. Und das Ganze auf griefforgames.net. Jetzt werden sich natürlich manche fragen, wie soll dieser Bot funktionieren, was macht dieser Bot und was weiß vor allem alles dieser Bot. Das Ganze habe ich im griefforgames Discord gesehen und zwar Cobbleshop hat das gepostet. Der Bot befindet sich auf Citable 2, das funktioniert auch nur auf Citable 2, wenn der Bot da ist. Und der Bot heißt nämlich MSG Family Helfer. Und wenn wir jetzt einfach mal Hilfe eingehen, dann schickt er uns gleich ein paar MSGs zurück und erklärt uns alles. Wir haben jetzt 8 MSGs bekommen und die gehen wir mal durch. Schreibe mir den Namen eines Spielers per MSG, um herauszufinden, ob sich dieser Spieler im Scammerer befindet oder im Trusted MM ist. Mit Scammer erfährst du, welche Scammer gerade auf Citable 2 logischerweise online sind. Mit MM erfährst du, welche Trusted MMs gerade auf welchen CB sind, beziehungsweise auf den CB online sind. Und das finde ich vor allem geil, wenn man hier zum Beispiel nicht ein Add-on hat und es trotzdem wissen will, dann kann man den Bot einfach fragen und der spuckt dir die Antwort aus. Mit Shops erfährst du, welche Online-Shops gerade auf den CB sind. Mit Ping erfährst du deinen aktuellen Ping auf dem Server. Alle Daten stammen vom Original-Scammerer-Dateam. Bei weiteren Fragen wende dich gerne an Cobbleshop. Bedeutet, wir suchen jetzt uns einen Scammer aus, zum Beispiel dieser DNLD und dann schreiben wir einfach mal Family Helfer, diesen DND, sonst was. Und dann wird er uns gleich sagen, der Typ befindet sich im Scammerer-Radar. Jetzt können wir zum Beispiel dem auch sagen, zum Beispiel ist ja hier gerade der Streamer Flutty on. Da schreiben wir den einfach mal dem Flutty und der schreibt dann sogar, ist ein Trusted MM. Und ich habe ja das Add-on drin, deswegen sehen wir auch aktuell, das ist korrekt. Dann schreiben wir hier auch mal Cobbleshop, der ist ja nicht im Scammerer-Radar oder im Trusted MM, befindet sich nicht im Scammerer-Radar. Also der spuckt euch wirklich die korrektesten Antworten aus. Dann schreiben wir ja zum Beispiel Scammer und dann Online-Scammer ist aktuell nun dieser DNLD mit MM. Aktuell ist nur Flutty als Trusted MM on, gerade war noch jemand anderes on, wo ich es getestet habe. Aber der ist aktuell auch wieder offline. Dann haben wir den Befehl Shops. Aktuell Online, Bot Shops, Family Bot CB2 und Handelsbot. Funktioniert also auch. Dann was ich auch geil fand, wenn man Ping schreibt, der spuckt dir den genauen Ping aus, den du gerade auf dem Server hast. Das sind aktuell die Funktionen vom neuen Bot auf Griefer Games. Was denkt ihr über diesen Bot? Ist der geil oder ist der einfach sinnlos für euch? Aktuell existiert er ja nämlich nur auf CD-Build 2. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee richtig geil und sie funktioniert ja auch tatsächlich. Und für Leute, die manche Add-ons eben nicht haben, ist ja vor allem sehr praktisch. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Bot in die Kommentare. Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, denn jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video auf dem Kanal. Ansonsten nicht vergessen das Video zu bewerten und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Haut rein und ciao Leute! Tschüss, tschüss, tschüss.